Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rocket League mit dem Ismophore und mir dem Wockedie Pockedie. Hallo! Es gibt zu sehen zwei Autos, die komischerweise gleich aussehen, aber dann doch wieder nicht, denn der Ismo hat aufgerüstet. Er hat sich ebenfalls auch diese wunderbaren DLCs geholt hier mit schönen Autos und so. Wir fahren beide das gleiche und sind jetzt unterwegs auf der Gegnersuche in einem 2 gegen 2. Es geht wieder nach Europa, also in unserem Spielbereich. Es wird gesucht und hoffentlich auch schnell gefunden. Beitritt in 3, 2, 1 los. Ein Traum. Gewohnte Konfiguration, klassisches Spiel und wir spielen gegen Sipak, Wüstung Moje und gegen irgendwas anderes. Das ist polnisch für Wüstung Moje. Von mir aus, da weißt du Bescheid. Bitte? Da weißt du Bescheid. Ich wurde weggefickt. Oh, Entschuldigung für das harte Wort. Das ist eklig. Ich muss jetzt erstmal mit der Steuerung, ja klar, komm her. Ich auch. Lustig ist, wir sehen wirklich beide gleich aus. In orange. Da, da, ja, Buckel, Buckel. Zu lange sind, haben wir kein Turbo. Ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte. Kommt in die Mitte. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Nein. Ich hol mir mal eben Turbo hier, sonst wird das nix. Jawohl. Geil. Guck dir das an, guck dir das an. Im Rückwärtsgang, guck da. Im Rückwärtsgang. Ja, da, guck. Ja, das ist geil. Und rein damit. Hinterm reingekickt. Mit dem Arsch. Ein Arschball. Nee, du bist vor mir. Okay. Nein, du bist zu langsam. Oh, Junge. Tut mir leid. Alles gut. Nein. Erfolgreich runtergeflogen. Das ist immer gut. Ich muss aber leider zu meinem Bedauern feststellen, ich harbe kein Turbo. Du harrst kein Turbo? Ich harbe kein Turbo. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der war, der geht, der geht, der geht, der geht, der geht, der geht. Nein, der geht nicht rein. Verdammt. Tom. Jetzt aber. Jetzt, 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 jetzt. In die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Jetzt kommt der Wocke und er ballert. Er schickt erstmal den einen weg. Nein, ich drück schon wieder die falschen Knöpfe. Da, er kommt. Nein. Nein, ich drück schon wieder die falschen Knöpfe. Nein, ich bin dran vorbeigefahren. Ich bin dran vorbeigefahren. Das dummes Stück. Das gibt es doch gar nicht. Oh Gott, ist das schlecht. Echt? Guckt ihr das an, wie schlecht wir sind? Ich kenne es ja vor allem mit Nitro auch noch. Wie bescheuert. Den krieg ich, den krieg ich. Könnte im Gamer-Erd-Boden versinken vor Scham. So. Aber erstmal den Gegner weggekagelt. Was ist das denn hier? Das war mal knapp. Nein. Weggeluchst. Gut, dass sie auch nichts können. Ja. So, Toro her. Nein, drunter her. Der wäre drin gewesen. Ja, wäre er. Der war so schön geradlinig. Nein. Ich habe schon geradlinig. Nein. Der hat er weggeholt. Nein. Ich habe schon geradlinig. So, Turbo holen. Nein. Den nehmen wir mit. Ach. Voll der Nase weggekickt. Okay, mach was. Ja, habe ich. Dankeschön. Mach wieder was. Ja. Dankeschön. Das ist erfolgreich rundherum gefahren. Alter, kick mich mal nicht rum hier. So, jetzt nimm mir mit. Ach. Da, da. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Kommt in die Mitte. Warte. Nee, noch nicht. Schade. Jetzt habe ich kein Turbo. Ich habe kein Turbo. Bamm. Junge. Nein. Oh nein. Jetzt schubst er den auch noch langsam da rein. Wie deprimierend. Ja, mit 14 kmh ist er reingekugelt. Wie schlimm. Und ich komme nicht hinterher, weil ich kein Turbo habe. Das ist zum Verzweifeln. Denk ich zu. So, jetzt aber. Roms. Nee. Nee, weh. Komm wieder auf die Räder hier. Was ist da los? So. Kick. Ja, danke. Reiner mit. Na. Huh. Oh nein. Nein, 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 nein. So ein Glückstreffer auch noch. Der kann mir doch nicht erzählen, dass der geplant war. Wir kriegen auf die Mütze hier. Ja, Mann. Ja, Mann. Was ist da los? Wir verkacken. Ismo. Ja. Okay. Was tun wir hier? Keine Ahnung. Schlecht spielen. Ja, aber sowas von. Geht auf keine Kuhhaut. Ist doch fürchterlich. Was auch immer die Kuh und die Haut damit zu tun hat. Nein. Nein. Alter. Jetzt hauen die Mütze die Bude voll. Wir sind noch eine Minute zu spielen. Wir müssen drei Tore schießen in einer Minute. Nein. Vier. Ismo tu was. Wir müssen einen mehr haben. Nein. Gleichstand reicht. Da haben wir Nachspielzeit. Ja, nee. Den kriegst du. Hoffe ich. Jetzt bin ich drüber geflogen. Toll. Noch eine Minute. Den kriegen die wieder rein. So nicht. So. Ah ja. Jetzt wenigstens noch ein Ausgleichstreffer. Nein. Nein. Die gehen mir richtig auf den Sack. Die spielen jetzt ganz aber auch echt unfair. Unfair? Die haben mich zum zweiten Mal hintereinander weggepumst. Das war taktisch Unflug. Ja. Wie deprimierend ist Mo. Das darf man gar keinem zeigen. Wir müssen das zensieren hier. Das nehmen wir nicht mit auf. Ja. Wird rausgeschnitten. Wird rausgeschnitten. Sechs Minuten lang nur schwarzer Bütchen. Genau. Und dann irgendwelche Geräusche im Hintergrund. Genau. Ausgleichstreffer. Wenigstens das noch. Nein. Nein. Okay. Nein. Wie kläglich wir versagen. Wie unglaublich kläglich wir versagen, Ismo. Das geht so nicht. Nein. Das geht so nicht. Das schreit nach Revanche-Ismo. Bist du dir sicher? Ja. Aber sowas von. Bobby Helm. Geil. Revanche. Du bist dir sicher? Ja. Ganz sicher. Das geht besser. Das geht wirklich besser. Das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Auf gar keinen Fall. So. Die kriegst du. Ja. Das geht so nicht. Nein. Ah. Die Millisekunde zu spät auf springen gedrückt. Nein. 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 Schon wieder dran vorbeigesprungen. Das hat mir der Ismo den Ball geklaut. Nein. Habe ich nicht. Wurde ich weggekegelt. Ismo, was spielen wir uns für eine Scheiße zusammen hier? Ich habe keine Ahnung. Ach. Das ist deprimierend. Deprimierend. Das kann so nicht. Das kann so nicht weitergehen. Nein. Nein. Das hast du. Ja. Ja. Wir müssen mehr Taktik machen. Ui. Da fliege ich doch glatt dran vorbei. Ja. Mehr Taktik. Weißt du, da fangen wir schon an mit anderen zu reden. Alter. Mehr Taktik und dann kickst du mich weg. Ja. Warum? Weil ich es kann. Lol. Schon wieder. Nein, diesmal habe ich dich nicht weggekickt. Wer weiß nicht, glaube ich. Doch. Okay, Entschuldigung. Aber egal. Du bist ja unser Torjäger. Ach so. Ja. Ja, in der Mitte. In der Mitte. Nein, ich fliege dann vorbei. So, jetzt spielen sie den rüber. Danke. Und weg damit. Dass ich da immer drunter herfliege, das geht mir so auf den Zinkel. Und nein. Nein. Boah, das ist doch jetzt nicht dein Herz. Ich habe ihn wieder rausgekiegelt. Oh Gott. Oh Gott. Das ist das. Wie bescheuert kann man sein. So, nochmal. Rein damit. Danke. Nein, ich wurde weggekickt. Jetzt. Aber ich kriege ihn nur rein. Boah, ey. Wie behindert war das. Im absoluten Alleingang. Völlig freies Tor. Und ich kegel den wieder raus. Gott. Wie behindert. Ey, kriegst du. Ja, Woke. Das war also. Was man dann aber auch für eine Blockade im Hirn hat, ja? Ja, ja. Wie bescheuert sowas ist. Äh. Danke. Danke. Dann liege ich hier einfach auf dem Dach rum. Nee, nee. Lass mal gucken, wo es hingeht. Nach hinten. So. Der kommt in die Mitte. Und rein damit. Ja, Mann. So wollen wir das sehen. So ist das. Alte Form wieder da. So muss das. Jawohl. Ein Traumtor. Ein Träumchen. So ist jetzt nochmal. Kommt. Nein. Mal super stumpf dran vorbeigefahren. Ja, 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 ja. Schönes Ding. Schön. Schöne Dinge noch. Ah. So, jetzt nur dranbleiben. Das muss weiter so. Eins nach dem anderen. Bist du dran. Ja. Ich sag dir, die spielen echt unfair. Kicken einen echt ganz oft weg. Nee. Da haben wir jetzt nochmal richtig Schwein gehabt. Kommt ihr in die Mitte? Ja, sehe ich. Okay. So, der will den wiederholen. So nicht, meine Leute. So nicht. Ich bin in die Mitte. Alter. Voll weggepuntet hier. Sag ich doch. Nein. Warum springt der denn jetzt auf einmal plötzlich? Plötzlich? Ohne Vorwarnung. Ja. Völlig selbsttätig. Na ja, verdammt. Ja. Sind wir dran? Nein, sind wir nicht. So. Nein. Ich bin weg. Sehr schön. So. Komm, zurück in die Mitte. Nochmal in die Mitte. Nein. Und wieder rausgekegelt. Verdammt. Jetzt lassen wir nicht schon wieder verlieren. Nee. So, hab ich. Du. Feine Mitte. Bin ich. Bin ich. Kommt, 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 kommt. Jetzt. Nein. Okay, mach was. Scheiße. Da hat er mich umspielt. Mist. Ah, so eine knappe Kiste. Jetzt noch 30 Sekunden und jetzt hauen die uns schon wieder die Rune voll. Oh Mann. Darf doch wohl nicht wahr sein. Krieg ich. Aber, den kriegst du. Das müssen wir gewinnen, Ismo. Koste es, was es wolle. Das war nix. Erfolgreich drunter hergesprungen. Jetzt aber. Ja, Mann. Nein. 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 Nee. Das glaub ich einfach nicht. Das glaube ich einfach nicht. Das darf nicht wahr sein. In der allerletzten Sekunde. Das glaub ich einfach nicht. Boah, ist das schäbig. Ist das schäbig. Oh. Regt mich das auf. Ich hab ein Sohn Riro gefunden. Gewonnen. Hä? Jetzt hab ich schon wieder einen Bobby-Helm gekriegt. Hab ich doch gerade schon gekriegt. Revanche. Hey, ich bin raus. Ach. Na gut. Ärgernis. Großes Ärgernis. Das heißt nur eine einzige Sache. Ja. Es gibt das Tentakel-Auto. Das Tentakel-Auto. Online spielen. Spiel suchen. Starten. Das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Wie gesagt, der Sohnbrero ist. Das kann so nicht auf uns sitzen bleiben. Das geht nicht. Nein. Das geht so einfach nicht. Darf so nicht sein. Josh Fox und Cola Tracted. Josh Fox. Josh Fox. 11. Nicht vergessen. Josh Fox. Das ist ja ein Zungenbrecher. Sag mal Josh Fox. Josh Fox. Schnell hintereinander. Dreimal. Nein. Josh Fox. Josh Fox. Josh Fox. Du, ich. Du, ich. Du. Oh. Wie behindert war das denn jetzt bitte? Gut, das schneiden wir definitiv raus. Wie unglaublich dämlich war das denn jetzt bitte schön. Ich will nicht darüber reden. Das ist doch besser so. Warum werde ich hier weggedingst? Nein. So, ab in die Mitte. Den machst du rein, den machst du rein. Bummst du mich weg? Was ist da los? Ja, das sind auch wieder solche, weißt du, die hier einen... So Rammler hier. Ja. Entschuldigung. Alles gut. Okay. Die wollen Körperkontakt. Das können sie haben. Den kriegst du. Ja. Boah, jo. Ja, ist doch super. Nein. So ist das. Sehr schön. So ist das. Und schön reingekullert. Ein Traum. Ja. Nochmal. Du. Ja. Du triffst den Ball nicht. Das war schlecht. Das war richtig schlecht, ja. Oh, wie gut, dass ich ihn noch gelupft habe, so ein bisschen. Ja. Ach. Die gehen wirklich voll auf, auf Agro-Kurs, ne? Hm, das sage ich doch. So, kann ich auch. Hier kriegt nix hier auf der Reihe. Ach, Mist, kein Turbo. Nein. Flöte ich da dran vorbei. So. Jetzt rein damit. Schade, ich dachte, ich kriege das mit dem Arsch da rein. Ja. Nein. Ach, verdammt. Aber wie unbequem ist das bitte zu spielen, wenn die einen da immer so rumschubsen. Ja, das ist scheiße. Ja. Aber gut, das ist legitim, ne? Das ist eine Spieltaktik. Aber was, wer sagte das, dass sich das nicht gehört? Äh, Boeing. Lars. Boeing sagte das. Ja, ist auch echt doof. Raub den Spielspaß. Ja. Na ja, wie gesagt, das ist grundsätzlich legitim. Das ist halt ein Stilmittel. Ne, das glaube ich nicht. Ich habe kein Turbo. Ja. Wie viel Glück muss man haben? Weiß ich auch nicht. Da spielt man ein paar Tage nicht, weißt du? Ja, und gleich ist man raus. Man ist komplett raus. Das ist ja deprimierend. Liebe Zuschauer, wenn ihr das seht, es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber irgendwie... Ist der Wurm drin? Ja. IDDWD heißt, ist da der Wurm drin? Ey! Flickchen ist dann vorbei. Weg! Weg, 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 weg. So. 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 Nein! Ah, verdammt. Nein! Nein, 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 stell dich wieder hin. Du Karre. Kein Turbo, kein Turbo, kein Turbo. Ah, verdammt. Ah, ist das aufregend. Weg mit der Pille. Und rein da. Rein da, rein da, rein da, rein da. Nein, ich fliege dann vorbei. Jetzt aber. Nein. Ich habe immer noch kein Turbo. Jetzt hat er mir die Pock auch noch weggeknallt. Ich habe leider auch kein Turbo. Ach. So etwas Bescheuertes. Ist mo. Das kann so nicht bleiben. Nein. 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 Oh. Schon wieder in der letzten Sekunde so ein Ding. Ach, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Aber gut. Ja, liebe Zuschauer. Das war diesmal keine so glorreiche Folge. Aber ich habe dafür eine... Och, wie geil. Das ist ja hier Dingfunks. Oddworld. Oddworld Ape als Antenne. Wie cool. Was? Den mussten wir jetzt zeigen. Los ins Hauptmenü. Ja. Nicht Option, ins Hauptmenü. Genau. Zack. Hauptmenü verlassen. Ja, liebe Zuschauer. War diesmal keine so glorreiche Runde für den Isma und mich. Aber wir müssen erstmal wieder warm werden. Wir haben erst eine Weile nicht gespielt. Werden das aber verbessern. Und wir geloben einfach mal Verbesserung in der nächsten Runde. Ja. Würde ich so sagen. Zu wem passt denn hier Oddworld... Ich glaube, das passt ganz gut zu dem... Ja. Dem verpassen wir mal hier den Oddworld Ape. Und zwar von Videogames ist der... Der ist es. Der ist es. Sehr, sehr, sehr cool. Ja. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Und falls es euch so gut gefallen hat, dass ihr sagt, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder ein, dann tut das bitte. Falls ihr sagt, so ein Kack will ich nicht sehen, dann lasst es. Nochmal von vorne. Beurteilt das Video bitte mit Daumen hoch oder Daumen runter. Das ist immer die schönste Art und Weise für uns zu sehen, ob es euch gefällt oder nicht. Und Dankeschön schon mal dafür. Gerne auch Kommentare loswerden. Und ja. Dankeschön und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.